Das Wichtigste ist, dass jeder das machen soll, was er findet, sei das Richtige für ihn. Und das sagt eigentlich schon alles. Und wenn andere Leute das kritisieren, wenn z.B. einer seine Kunst verkauft, aber damit vielleicht zwei Kinder zu Hause ernähren kann und er das richtig findet, wieso nicht? Was ist falsch daran? Jeder muss selber wissen, was er macht und mit dem klarkommen.